Wann ist ein Betriebsratsmitglied verhindert? Herzlich willkommen, mein Name ist Arne Schrein, Rechtsanwalt aus München und Referent der WAF. Sie haben sich sicherlich auch schon das ein oder andere Mal gefragt, wann ist ein Betriebsratsmitglied eigentlich verhindert, zumal wenn Sie Betriebsratsvorsitzender oder Stellvertreter sind. Und diese Frage möchte ich mit Ihnen heute erläutern. Einmal müssen Sie unterscheiden, Betriebsratsmitglieder können tatsächlich verhindert sein, sie können aber auch rechtlich verhindert sein. Wann wäre ein Betriebsratsmitglied tatsächlich verhindert? Das wären so typische Fälle wie eben Urlaub, Krankheit, Schulungsteilnahme. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wenn ein Betriebsratsmitglied krank oder im Urlaub ist, es nur eine gesetzliche Vermutung ist, dass dieses Mitglied nun auch nicht noch Betriebsratsarbeit machen will. Es wäre aber nicht rechtlich verboten. Denn auch gerade bei Krankheit heißt es ja erstmal nur, dass man arbeitsunfähig ist, aber nicht amtsunfähig. Es gibt aber auch rechtliche Verhinderungsgründe. Das wäre immer dann, wenn das Betriebsratsmitglied durch die Abstimmung als Arbeitnehmer selbst und unmittelbar von der Entscheidung betroffen wäre. Zum Beispiel, es geht beim Betriebsratsmitglied um seine Umgruppierung oder um seine Versetzung. Im schlimmsten Fall, meine Damen und Herren, natürlich um seine Kündigung. Und da ist natürlich auch die spannende Frage, ja, wenn jetzt jemand tatsächlich oder rechtlich verhindert ist, wen lade ich denn da nach? Und da können Sie nicht, wenn Sie Betriebsratsvorsitzender sein sollten, sagen, wir nehmen mal alle Betriebsratsmitglieder und die Ersatzmitglieder Reihenfolge nach einfach mal quer durch, damit jeder mal in den Genuss kommt, Betriebsrat gewesen zu sein. Vielleicht auch wegen des Amtsschutzes oder dass man ihm einfach sagt, jeder soll mal reingeschnuppert haben. Das geht nicht. Da gibt es ein gesetzliches Verfahren, Paragraf 25 des Betriebsverfassungsgesetzes. Da müssen Sie zwei Sachen beachten. Erstens, ist das Geschlecht in der Minderheit noch beachtet, wenn das BR-Mitglied nun tatsächlich oder rechtlich verhindert ist? Also seien die Frauen in der Minderheit oder die Männer. Da muss eben auch ein Mann oder eine Frau, wenn die Quote dadurch nicht mehr eingehalten ist, nachrücken. Und ganz wichtig, wenn Sie Listenwahl hatten, dann brauchen Sie Listentausch. Das heißt, aus der Liste muss das Ersatzmitglied stammen, wo das Hauptmitglied jetzt verhindert ist. Und bei Personenwahl, wenn Sie eh nur eine Liste hatten, da gehen Sie die Liste so weit runter, bis Sie das Geschlecht in der Minderheit dann eben antreffen. Ein wichtiger Fall in dem Zusammenhang noch hat das Bundesarbeitsgericht getroffen folgender Sachverhalt. Ein Betriebsrat hat eine interne Stellenausschreibung verlangt, was ja nach Paragraf 93 der Betriebsverfassung auch möglich ist. Da hat sich nun auch ein Betriebsratsmitglied selber drauf beworben. Er war ja nur auch Arbeitnehmer des Betriebes, wurde aber im Endeffekt vom Arbeitgeber nicht genommen. Es wurde jemand anders bevorzugt. Das ist eine Einstellung nach Paragraf 99 der Betriebsverfassung. Und die Frage war jetzt, hat dieses BR-Mitglied, was jetzt nicht genommen wurde bei der internen Stellenausschreibung, jetzt überhaupt ein Abstimmungsrecht? Oder ist es vielleicht rechtlich davon ja betroffen und darf gar nicht mitmachen? Und ein Ersatzmitglied müsste geladen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat folgendermaßen entschieden. Hier muss das Betriebsratsmitglied an der Abstimmung teilnehmen. Denn es ist nicht unmittelbar von der Entscheidung betroffen, sondern nur mittelbar. Denn die Frage war ja, es geht um die Einstellung dieses externen Dritten. Und das betrifft mich ja nicht unmittelbar als Betriebsrat und Arbeitnehmer, sondern nur mittelbar. Dass da trotzdem sich das Betriebsratsmitglied enthält oder Nein sagt, das ist eben durch die Demokratie praktisch gerechtfertigt. Aber es wäre hier kein Verhinderungsgrund. Das heißt, wenn dieser Betriebsrat hier nicht abstimmen möchte, die Sitzung verlässt, gar nicht zur Sitzung erscheint, darf auch kein Ersatzmitglied geladen werden, weil ja gar kein Verhinderungsfall vorliegt. Sie sehen, meine Damen und Herren, solche Fälle kommen in der Praxis immer wieder vor. Umso wichtiger, dass Sie aktuell bleiben. Am besten, indem Sie diesen Kanal abonnieren. Würde mich freuen. Schauen Sie immer wieder mal rein. Kommen Sie gut durch diesen Tag. Ihr Arne Schrein. Hat es dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratisangebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.